Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Super Mario Maker 1 Level per Day. One Level. Bowser's Ultimate Castle of Destiny von Sauron. Gut, wer von Herr der Ringe jetzt auch Mario schließen möchte, bestimmt gibt es auch da irgendwo eine Parodie. Ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze mal an. Vier Leute haben es geschafft. Ah. Das schreit doch schon wieder danach. Da geht's runter. Weil auch. Oh, 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 oh. Den nehme ich. Den nehme ich mir mal. So jetzt. So. Okay, gut. Ah. Beinahe ein Hammer im Rücken. Der wird jetzt fies. Okay, da ist nur ein Pilz drin. Oh, jetzt nicht. Der fällt gleich runter. Ah. Oh. Ha. 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 Ich habe nur gelacht. Blah, blah, blah. Verdammt, ich dachte, er trifft. So. Higa. Tschüss. So, ich muss jetzt mal weg. Komm. Danke. Merci. Egal. Brauchen wir nicht. Gut, aber wie soll ich da unten an den Stern rankommen? Okay, hast gewonnen. Okay, wir warten. Das wurde auch noch durch die Münzen angezeigt, ne? Moment. Boah, man kann das schon mit ein paar Wigglern machen. Man kann sie aber auch. Also er hat hier schöne Verstecke eingebaut. Das kann man ja schon mal sagen. Okay. So. Egal. Das war's. Oh Gott, oh Gott. Gute Nachricht ist, dass ich jetzt erstmal mit gechillt durch kann. Wenn ich die Münzen wieder habe. Oh, das ist jetzt doof. Boah, geschafft. Egal, du ich da. Checkpoint. Moment. Ach, wer hätte da runtergefallen, wer? Okay, gut. Sind noch was? Nein. Oh, shit. Halt, warte mal. Erstmal hol ich mir einen Helm. Okay. Just pause. Okay. Boom, baby. Na komm, Bowser. Ich hab ein paar Münzen übersehen, würde ich mal sagen, wie konnte. Ich möchte ihn ganz normal besiegen. Okay, gut, gut, gut. Gut, gut. 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 Es ist ein Ding zwischen gut und schlecht. Es ist herausfordernd, teilweise überladen, Checkpoints sind gut gesetzt, eigentlich nicht unfair, aber man fühlt sich so ein bisschen hilflos. Und das Beste zum Schluss, die Münzen, ich weiß gar nicht, ob ich sie brauchte. Da kannst du mich mal aufklären, wenn du das Ganze hier siehst, Sauron, dann schreib es mir mal in die Kommentare, wofür die Münzen waren. Ich bedanke mich hierbei ganz herzlich und gebe dir noch einen Stern. Es war, es war in Ordnung, es war in Ordnung, es war in Ordnung. Ist noch akzeptabel für den Stern. Ähm, zwei Checkpoints waren drin, mehr gehen ja auch nicht, daher passt das. Ich sage, ich bin euer Trohard Rhein. Tschö, tschö. Tschö. Tschö.